Die Selbsthilfegruppen des Burgenlandkreises konnten sich heute über eine Spende in Höhe von 5000 Euro freuen. Wie schon in der Neujahrsansprache verkündet, möchte Landrat Götz Ulrich in Zukunft die Spendenerlöse aus dem Empfang jeweils einem sozialen und einem kulturellen Projekt zur Verfügung stellen. In diesem Jahr hatte Ulrich bei den Gästen nicht nur um Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit geworben, sondern auch für die Arbeit der Selbsthilfegruppen chronisch Kranker hier im Burgenlandkreis. Insgesamt ist ein Betrag von 15.560 Euro zusammengekommen. Davon stellt der Landrat 5000 Euro den Selbsthilfegruppen für ihre Arbeit zur Verfügung. Die Auswahl fiel natürlich nicht leicht, denn immerhin hätten alle 96 Selbsthilfegruppen hier im Burgenlandkreis eine Finanzspritze gebrauchen können. Ausgewählt wurden deshalb die Gruppen, die in diesem oder im nächsten Jahr ein Jubiläum begehen werden. Insgesamt profitieren dieses Mal 19 Selbsthilfegruppen davon. Stellvertretend nahmen Günter Holuba und Andreas Peter von der Selbsthilfegruppe Morbus Pechterew sowie Ruth Kloss vom Regionalverband Burgenlandkreis der Blinden und Sehbehinderten den Spendencheck entgegen. In diesen Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen mit gesundheitlichen, seelischen und sozialen Problemen zusammen, um gemeinsam mit anderen, die sich in ähnlicher Lage befinden, ihre Lebenssituation zu bewältigen.